es moin leute was geht was geht und damit ein herzliches willkommen hier bei einem weiteren video auf meinem kanal ja heute ist mal was ganz neues und zwar landwirtschaft simulator 19 ich habe schon mal ein video gemacht das ist aber schon einige monate her also da habe ich ja hier gemacht wie man spiegel einstellt und so weiter genau und ich habe mir jetzt gedacht ich will jetzt durchziehen auch noch mit ls ich würde sagen heute häckseln wir mal holz also wir sind jetzt hier im wald wie man schon sehen kann und dann hat man bäume häckseln das wäre dann fortfahren sägewerk also die menschen nicht mehr sehen das durch dann einfach als häcksel gut verkaufen und kriegt dann geld dafür genau ich würde sagen ich wünsche euch jetzt viel spaß mit dem video und so leute jetzt sitzen wir hier im traktor wie man auch schon gut sehen kann genau wissen schon hier hat vielleicht schon mal jemand gesehen genau also ist jetzt nicht unbekannt diese traktor mal genau ich würde sagen wir fahren jetzt mal einen baum ran also wundert euch auch nicht wenn ihr diese hintergrundgeräusche das ist mein lenkrad das muss auch noch mal gucken ob ich das irgendwie noch rauskarten kann aber das geht irgendwie schlecht weil ja gut und jetzt müssen wir erstmal ganz kurz gucken ich habe jetzt gar nicht geguckt ob das passt das ist kein richtiger häcksel das ist halt so unreal gibt es als mod da kann man ganz schnell ähm bäume häckseln und das ist halt viel praktischer ich würde sagen wir fangen direkt an und schon ist der erste weg so jetzt vorma hier und so der nächste ist weg also ja wenn ihr jetzt hier meine tastatur hört es tut mir leid auch ja man kann das halt nicht vermeiden mal gucken vielleicht kann man es ja noch irgendwie weg machen jetzt vorma jana ruf gucken wir mal was man ja noch so auseinandernehmen können hier zum beispiel ja gut haben wir noch erwischt gut leute so jetzt vor mir hier an ich spiel zurzeit auf tastatur ich habe auch im lenkrad das kann ich jetzt mal benutzen da geht das alles ein bisschen geschmeidiger wieder ein weg so vorma noch ein oder hört man halt unten wenn ich aufs gaspedal trete und das ist halt ein bisschen unpraktisch aber naja gut jetzt fahren wir noch den ein baum da oben jetzt fahren wir hier erst mal was ich gewechselt habe und jetzt kommt gleich der lkw also da kommt nicht den müssen wir halt jetzt holen da steht nämlich hier müssen wir jetzt aufladen jetzt laden wir auf ist es halt ein bisschen unrealistisch aber man kann es jetzt nicht ändern das sind ja hier hinten um das ist aufgeladen genauer ich würde sagen wir setzen uns jetzt mal ein so leute und schon sitzen wir im lkw in drüben steht der traktor genau so müssen wir mal gucken so wir haben auch schöne liegen also zwei schöne liegen und genau ich würde sagen wir fahren jetzt zum sägewerk die kaufen wir dann das gehäckselte ab und jetzt kommt musik dauert ein bisschen immer dort sehen und ja bis gleich ja 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen mal auf die andere Ansicht zu. Und jetzt drücken wir einmal I und dann wird das abgekippt. Und jetzt kann man hier auch schön sehen. Jetzt wird das richtig schön hier hinten rausgekippt. Und jetzt haben wir gleich alles rausgekippt. So, genau, 5307 Euro Einnahmen ist eigentlich ganz gut. Genau, Leute. So, dann setzen wir uns wieder in den Eck. Und Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr mehr LS-Videos sehen wollt, also Landwirtschafts-Simulator-Videos, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.